Hallo zusammen, ich bin Dennis Arnold, manche von euch kennen mich vielleicht aus dem Internet von Facebook oder Team Andro. Ich bin seit dem ersten fünften Mitglied im All-Stars Junior Champions Team unter der Leitung von Bernhard Schuber, ja, zu mir, wie ich zum Bodybuilding gekommen bin, das war vor knapp drei Jahren, mit 17, jetzt bin ich 20, da habe ich angefangen mit einem Freund ins Fitnessstudio zu gehen, zu trainieren, wie man das in der heutigen Zeit so macht, die moderne Zeit der Fitnessstudios eben, das hat sich immer weiterentwickelt, immer mehr Spaß und Lust dran gefunden, mehr Motivation bekommen, Studiowechsel gehabt, wo es dann eben sich im Bodybuilding gedreht hat, die ersten Einblicke da haben mir sehr gut gefallen, deswegen habe ich das weiter fortgeführt und hat auch meine Erfolge in Form von schnellen Zuwächsen, ja, so hat sich das entwickelt. Letztes Jahr um die Zeit bin ich Dritter geworden bei der Deutschen Meisterschaft, heute haben wir den 13. Mai und gestern am 12. Mai bin ich Deutscher Meister geworden bei der 53. Deutschen Meisterschaft im AFBB beim DBFV und Junioren Gesamtsieger, ja, was kann ich noch über mich sagen, wir sind hier heute zu Besuch im Allstars Leistungszentrum Gym Panze in Süddeutschland, ich selber trainiere im Elbgym Allstars Leistungszentrum in Hamburg, das Studio von Willi, Wilhelm Schröter, ja, wird in Zukunft noch einiges von mir hören, ich habe in dem Sport noch viel vor, will meine Möglichkeiten nutzen, jetzt vor allen Dingen mit Allstars, mit einem guten Partner an meiner Seite, mit guten Produkten und dann gucke ich mal, wie es läuft, jetzt wird natürlich wieder aufgebaut, gegessen und das Essen genossen. Ja, wie die Dinge laufen, werde ich euch dann mitteilen, ob ich starte zum Herbst oder erst wieder nächstes Jahr, auf jeden Fall international, ist mein nächstes Ziel, ja, das war's von mir.